Willkommen, 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 so begrüßt Steven Lett in seiner peinlich überschwänglichen Art auf JW Broadcasting vom Mai 2020 seine Zuhörer. Mit dieser Broadcasting-Sendung hat sich die WTG wieder mal etwas Besonderes geleistet. Obwohl ich sonst eher zu den ruhigeren Menschen zähle, war ich nach dieser Episode so aufgebracht wie schon lang nicht mehr. Wie man beobachten kann, setzt die Wachtturm-Organisation in den letzten Jahren vermehrt auf visuelle Belehrung oder sollte man besser sagen auf visuelle Beeinflussung. Der vermehrte Einsatz von Videos und Bildern ist für sie ein wichtiger Bestandteil ihrer Beeinflussungsstrategien geworden, und deshalb fordert sie ihre Anhänger auf, ihre visuellen Darstellungen und Videos als wichtige Lernhilfen zu betrachten. Stolz erklärt Steven Lett deshalb in dieser JW Broadcasting-Sendung vom Mai 2020, was es für Arbeit mache, um ein Video wie das letzte Kongress-Drama Josia zu produzieren. Diese Anstrengungen sind ein weiterer Beweis dafür, dass die WTG den Einsatz von Videos und Bildern als wichtigen Bestandteil ihrer Beeinflussungsstrategie betrachtet und sie drängt ihre Anhänger, diese visuellen Darstellungen und Videos als wichtige Lernhilfe zu betrachten. Zitat Wachtturm Juli 2013 Bestimmt hast du beim Durchblättern einer neuen Wachtturm-Ausgabe schon oft gedacht, was wird durch die ansprechenden und mit großer Sorgfalt hergestellten Bilder und Fotos bewirkt? Sie sind Lernhilfen, die das Denken anregen und Gefühle wecken. Besonders beim Wachtturm-Studium und bei der Vorbereitung darauf sind sie von Nutzen. Warum wurde es ausgewählt? Was stellt es dar? In welchem Zusammenhang steht es zur Überschrift und zum Leittext? Auch bei den anderen Bildern sollten wir überlegen, was sie mit dem Thema und unserem Leben zu tun haben. Beobachtern fällt jedoch auf, dass die Macher dieser Filme von JW.org nicht davor zurückschrecken, auch gewalttätige Darstellungen als sogenannte Lernhilfe einzusetzen. Und das, obwohl die Gefahr für Kinder durch gewalttätige Darstellungen, geistigen und emotionalen Schaden zu erleiden, den Verantwortlichen der Gesellschaft sehr wohl bewusst ist. Denn auf JW.org wird immer wieder vor kindergefährdenden Gewaltszenen gewarnt. Zitat aus dem Erwachet September 1988, Seiten 29, 30. Eltern, denen etwas an der geistigen und emotionellen Gesundheit ihrer Kinder liegt, sollten sie vor schädigenden Fernsehprogrammen schützen. Die tägliche Ration an Gewalttaten im Fernsehen könne, wie er sagt, genauso gefährlich sein wie ein Spaziergang mit den Kindern durch die Straßen von Belfast oder Beirut. Das ist wirklich ein gut gemeinter Hinweis. Umso mehr ist es für viele Zeugeneltern unverständlich, dass sie ihre Kinder auch durch die von JW.org produzierten Videofilme dieser Gefahr ausgesetzt sehen. Einige Eltern haben uns geschrieben und sich besorgt über manche Szenen in unseren Filmen geäußert. Sie möchten ihre Kinder vor Gewalt schützen und machen sich Sorgen, wie sich diese Szenen auf Kinder auswirken, selbst wenn dort Gewalt nur angedeutet wird. Wir können euch gut verstehen. Er sagt also, dass sich einige Eltern bei der leitenden Körperschaft über die oft gewalttätigen Filmszenen in den von JW.org produzierten Videos beschwert hätten. Der wahre Hintergrund mag jedoch ein anderer sein. Gemäß der Stockholmer Printzeitung Metro könnten Jehovas Zeugen im Zusammenhang mit ihrem jährlichen Kongress auf den Stockholmer Messen eine Straftat begangen haben. Im März 2019 wurde ein 64-jähriger Zeuge Jehovas, der verantwortlich für die jährliche Kongressserie »Seid mutig ist« beschuldigt, Filme gezeigt zu haben, die gegen das schwedische Gesetz zur Altersfreigabe verstoßen hätten. Tatsächlich hat das oberste schwedische Gericht entschieden, dass viele der Propagandavideos der Zeugen ab sofort für Kinder aufgrund des Inhaltes verboten sind. Der Inhalt dieser Filme sei angstführend, zeige Feindbilder und Gewalttätigkeit, die für Kinder ungeeignet und deshalb verboten sind. An keinem öffentlichen Ort, Königreichssaal, Kongress etc. darf diese Art von Videos gezeigt werden. Doch entgegen ihrem eigenen guten Rat und den staatlichen Verordnungen versucht Stephen Lett von der leitenden Körperschaft der Zeugen Jehovas auf JW Broadcasting in der Mai-Ausgabe von 2020 ab Minute 9.00 die Sorgen einiger Eltern, um die emotionelle Gesundheit ihrer Kinder zu relativieren. Wir können euch gut verstehen. Wenn wir allerdings Bibelberichte darstellen, dürfen wir nichts weglassen, was Jehova offensichtlich wichtig war und er in der Bibel aufzeichnen ließ. Jehova hat die Bibel zu unserem Nutzen aufschreiben lassen, um uns zu helfen. Und wir haben nicht das Recht, sein Wort zu verwässern. Na toll, Lett erklärt den lieben Eltern also, ja, wir verstehen euch, aber bitte denkt daran, Jehova will das so. Wir dürfen bei biblischen Darstellungen nichts weglassen. Und da es im Alten Testament nun mal Gewaltszenen gibt, müssen wir sie auch zeigen. Jehova! Jehova! Eine typische WTG-Argumentation. Alles, was sie tut, ist der Wille Jehovas. Natürlich, wenn man biblische Berichte dokumentarisch verfilmen möchte, kommt man nicht umhin, auch Gewaltszenen zu zeigen, besonders wenn es sich um Filmberichte über das Alte Testament handelt. Doch die Frage sei erlaubt, wer hat denn die WTG beauftragt, solche Filme zu produzieren, um sie dann als sogenannte Lernhilfen einzusetzen? War es Jehova Gott? Zu ihrer Verteidigung behaupten die Zeugen Jehovas, ihre gezeigten Videos und Filme seien Teil ihres religiösen Glaubens- und Erziehungsprogramms. Die Inhalte seien lehrreich und da junge Menschen Tag für Tag dem Druck der Welt ausgeliefert sind und gewisse Verhaltenstendenzen der Welt übernommen werden könnten, müssten sie auch durch solche biblischen Filme belehrt werden. In diese Richtung geht dann auch die Argumentation von Stephen Lett weiter. Jehova hat die Bibel zu unserem Nutzen aufschreiben lassen, um uns zu helfen. Und wir haben nicht das Recht, sein Wort zu verwässern. Ja, die Bibel ist zu unserem Nutzen. Und ja, wir haben nicht das Recht, die Bibel zu verwässern. An dieser Stelle möchte ich darauf verzichten, auf die vielen Beispiele zu verweisen, die zeigen, dass die WTG die Bibel stellenweise nicht nur verwässert, sondern bewusst in ihrem Sinn verfälscht hat. Die Frage, um die es mir heute hier geht, ist doch, ob es wirklich im Sinne Jehovas ist, Kinder mit solchen gewaltigen Gewaltszenen aus der Bibel zu erziehen. Welchen Sinn soll das haben? Das Problem ist, viele der WTG-Filmproduktionen sind für Erwachsene gedacht und daher kaum kindgerecht aufbereitet. Die differenzierte Wahrnehmung von Gewaltszenen ist vom Alter der Kinder abhängig. Die Fähigkeit, verschiedene Formen der Gewaltdarstellung zu differenzieren und zu bewerten, nimmt mit dem Alter zu. Dieser Tatsache sind sich die WTG-Verantwortlichen sehr wohl bewusst. Und trotzdem erwarten sie, dass auch Kinder zusammen mit Erwachsenen ihre angstmachenden Filme gemeinsam anschauen. Und auch dafür liefert Lett eine angebliche biblische Begründung, 2. Chroniker 20, 13. Eine wichtige Orientierungshilfe zu diesem Thema finden wir in 2. Chroniker 20, Vers 13. König Josaphat spricht von einem riesigen Heer feindlicher Nationen, das Gottes Volk angreift. Er spricht vom Tod durch das Schwert, durch die Pest oder durch eine Hungersnot. Wer hat diese beunruhigende Nachricht alles mit angehört? In 2. Chroniker 20, Vers 13 lesen wir, Währenddessen stand ganz Judah vor Jehova, zusammen mit den Frauen und den Kindern, auch den Kleinen. Jehova wollte, dass alle, auch die Kinder, wissen, was auf sie zukommt. Erstaunlich, wie schnell die WTG immer einen scheinbaren biblischen Beleg für ihre Handlungsweise aus dem Hut zaubert. Mit diesem Text will man belegen, dass Jehova von Kindern erwarte, sich Gewaltszenen der WTG-Produktionen anzuschauen. Es geht in diesem zitierten Bibelfers nicht um visuelle Darstellungen von Gewaltszenen, welche sich die Kinder damals hätten anschauen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Bericht als Rechtfertigung benutzt werden kann, um Gewaltszenen zur Erziehung von Kindern zu rechtfertigen. Jehova wollte, dass auch die Kinder wissen, was auf sie zukommt. Genauso sollten Eltern auch heute ihren Kindern ein realistisches Bild davon vermitteln, was bald auf uns zukommt. Wirklich? Was ist das für ein Gott, den die WTG hier aufzeichnet? Noch einmal die Frage, wo finden wir Hinweise darauf, dass Jesus seine Nachfolger aufgefordert hat, Kindern auf diese Art und Weise Gottes Botschaft zu vermitteln? Hat er nicht vielmehr gemahnt, auf die Gefühle von Kindern Rücksicht zu nehmen? Viele Eltern verwenden dafür gern unsere biblischen Filme und Videos. Bei solchen Gelegenheiten helfen sie ihren Kindern aber auch, Vertrauen zu Jehova zu entwickeln, darauf, dass er immer für sie da sein wird. Der Wachtturm-Gesellschaft wird wiederholt vorgeworfen, die körperliche, psychische und soziale Integrität ihrer Kinder systematisch zu verletzen. Bereits die Kleinsten müssen sich die Filme der WTG anschauen, mit immer denselben Inhalten. Aufpassen und gehorchen kann dein Leben retten. Wer nicht aufpasst und gehorcht, wird sterben. Ihr könnt euch sicher sein, liebe Eltern, dass wir auch weiterhin eure Bedenken ernst nehmen, wenn wir Bibelberichte verfilmen, in denen Kriege und Gewalttaten vorkommen, ohne wichtige, machtvolle Einzelheiten aus Gottes Wort zu übergehen. Das, was Lett hier ankündigt, kann nur Angst machen. So erzeugt man konditionierte Angst. Lett verteidigt hier im Namen der WTG eine Vorgehensweise und Einstellung, der sie schon immer folgte. Als Beispiel dieses Zitat aus einem Wachtturm vom 1. Mai 1968, Seite 275. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass das gegenwärtige System der Dinge mit Riesenschritten seiner letzten Begegnung mit dem Gott der Gerechtigkeit in Armageddon entgegen geht. Eltern und Kinder, die nicht bereit sind, das Zeichen an der Stirn anzunehmen, das heißt Gottes Sittenmaßstab gebührend anzuerkennen, werden den Tod erleiden. Kinder werden wegen des Versäumnisses ihrer Eltern sterben. Der Prophet Hesekiel hörte die Anweisung, die den als Urteilsvollstrecker amtenden Engeln gegeben wurde. Das ist die Botschaft, die Jehovas Zeugen nicht nur erwachsenen Menschen, sondern auch ihren Kindern vermitteln. Die WTG wird weiter auf Gewaltszenen setzen, um ihre manipulativen Ziele zu erreichen. Und denen, die einwenden, die Bibel spricht doch von solchen Gottesgerichten und kündigt sie an, denen sei gesagt, ja, das ist richtig, die Bibel redet unbestreitbar von Gottesgerichten mit Todesfolge, zum Beispiel der Sintflut, die ägyptischen Babys, die beim Exodus Israels aus Ägypten starben, die vielen hingerichteten Israeliten in den verschiedenen Epochen der Israeliten, die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christi und so weiter. Doch ist das die echte, auf dem Neuen Testament basierende, gute Botschaft, die das Christentum auszeichnet? Ist Sterben, Hinrichten und Vernichten für jemanden, der in der Erwartung der Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres Retters Jesus Christus lebt? Wie es Paulus in Titus 2,13 ausdrückt, ist das das alles beherrschende Thema? Ein Großteil der von JW.org produzierten Videos beweist einmal mehr den zutiefst unchristlichen Geist einer fundamentalistischen und dem Todes- und Vernichtungswahn verschriebenen Theologie. Nachfolio Tes разmark